BIP 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 Dann geh ich lieber rechts hin BIP 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 Du bist ja weit gekommen Alex Oh Scheiße BIP Boah ich hab gerade gar nicht an der Hochstelle BIP Kappes los BIP 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 Ich würde mit Leertaste hochgehen Ich würde mit Leertaste hochgehen BIP BIP Für die sie fassen müssen. Bitte bleibt noch. Okay, das haben wir gecheckt, ja? Wie nimmt man die? Schlagen, Schlagen. Also, linke Maustaste. Ja. War wieder. Das war auf Alex, gittig, ja? Das war auf Alex. Ja, das war auf mich. Ja, sorry. Ja, wir gehen oben auf auf Alex. Wir gehen beide oben auf auf Alex. Ja, was ist wirklich fassen? Ja, wir gehen oben auf Alex. Hallo, wir gehen oben auf Alex. Ja, wir gehen oben auf. Ja, wir gehen oben auf. Ey, lass auf Füge gehen, oder? Ja, wir gehen oben auf. Ja, wir gehen oben auf. Ja, wir gehen oben auf. Zurufeiert ist das richtig irgenlos, wenn man sagt, lass auf den und den gehen kann. Äh. Ignorieren würde ich drücken, halt. Ja, wahrscheinlich, weil der Ding... Ich hab nicht genügend Schlüssel. Ich prob 40, wenn er auf 38. Ignorieren! Jetzt hast du eins, hab ich gemacht. Komm, Digga, gib einfach Teleportation. Nein! Hätte ich dieses Feld nicht auf Schaden gestellt, sondern auf Schlüsse, hätte ich's jetzt gehabt. Glaubt automatisch vorher. Ja, weil der... Also eins vorher, weil der das geschenkt. Tina, Tina, komm. Dann fahrt es für eine Box, Alter. Achso, das kann ich ja gar nicht. Ist jetzt nach oben gegangen, ich hab jetzt gefeiert. Pfff... Ey, was ist denn los? Wie viel kriegt's richtig ab? Wie viel ist das? Vielleicht ne Aupergine? Boah, du Arsch. Nee, oder? Du Arsch. Nee, oder? Ja, ja, ich schau. Direkt auf das Feld, jetzt kommt der Senzenbaum. Du kannst aber nicht mehr... Du schaffst es noch, Dormigli. Du schaffst es noch, Dormigli. Du schaffst es noch, Dormigli. Achso, wahrscheinlich wirst du aber... Dann schaffst du in diesem Portal die Rettnerei. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist... Ja, und der Fiktor. Ja, und der Fiktor. Ja, und der Fiktor. Du hast aber noch ein Portal, gell? Ja, und der Fiktor. Ja, und der Fiktor. Ja, und der Fiktor. Ja, und der Fiktor. Ich dachte, das wäre schon vorbei! Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ich hab grad nicht gecheckt, wenn er jetzt an den Töten kam. Ah, Alex! Man rollt sich doch ein bisschen. Nein! Boah! Nein! Wie cool! Bumsen, wir fehlen, oder? Als ob ich noch davor gestehen... Ja! Vielleicht hab ich die ganze Zeit an dieser Kante festgehalten. Irgendwie unnötig ist das. Ich will diesen Hasen heranlegen, ich will wissen was da passiert. Sportart! Juhu ist dumm. Die nimmt er mit, die nimmt er mit. Ja, oh Mann. Ich kann doch nie starten, deswegen muss ich einfach nur Leertaste. Ich kann keinen, wenn ich Leertaste drücke. Ja, wurde direkt überfacht. Ich hab keine Sachen mehr dabei. Drei Mal überfacht. Ich wurde so schwer. So schwer? Ultraschön. Der Monty war da so krass. Ja. Digga, der ist da so lange gelaufen die ganze Zeit, ohne Probleme. Digga. Digga. Ich bin so schlecht. Ich auch. Bff. Drei Mal ruf! Komm, komm, gönne doch mal hier einen freien Weg. Yo, voiture auf. Moment, hätt' ich den hinten geliefert. Halt'sffic! Ich hatte 7 Stück. Was? Halt's mal. Das geht einfach nur bei dir am Ende. Du alt... Schüssig. Er hat daneben geschossen. Er ist zwar komplett drauf. Weißt du, man hat daneben geschossen. Hä, war das bei euch nicht auch? Komm nicht drauf. Hä, folg mir jetzt mal eine Schrotflinte und der war mit dir. Egal, ey. Nein, das ist ein Sniperkaliber. Komm nicht, da zeig ihn mir und schießt. Hä, und jetzt hast du bei mir daneben? Egal. What the fuck? Allerdings, ich gehe triggert. Ja, ich stehe einen Meter neben mir und schieße ihn direkt in die Fresse. Egal, komm, er gibt mir deine Schlüssel wieder. Und die Sache ist halt... Und die Sache ist halt... Die Sache ist, er ist halt Erster. Und wir sind in Runde 21. Und mit 96 Schlüssel wird sich das richtig ändern. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist genau. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist nur die Sniper. Ignorieren. Ich bin safe-tot Kann man da runterfallen? Oh mein Gott Boah Doch, das Spiel ist eigentlich cool Oh mein Gott Boah Was hat denn das? Oh Was passiert denn hier? Ist er dumm? Hä? Unentscheid Boah, GG Jungs, das war krass Das war heftig Ich hab was nicht Ich hab was nicht Oh Komplik ist weg Wenn er angekommen wär Ich bin mal gespannt, wer jetzt die meisten anderen war Ja, ich würd das gerne nur auf Trophäen spielen Also so Also so Menschen so Das war jetzt so mitten random einfach Naja, das war schon gut also Ja, du hast ja die meisten Trophäen Aber Easy Easy Du Na Schaden, Digga Hatt ich eigentlich Fin gedacht, Digga Da hat er am meisten Schaden angerichtet Easy Safe Ja Ich hab gar nix Letztes Mal Verschlichtestes Und dann Hab ich gewonnen, Alter Mama Ja, aber das ist trotzdem nix Easy Alter, das wird mal noch ein Rund snappen Oh Mann, Alter Ganz cool, ich fand's cool Ich fand's cool Genau Was, Digga, du hast 122 Schaden Und hier, Alex, weil du meintest, ich hätte viel Ich hab noch 23 Digga, hast du 100 Schaden mehr? Ich hab einfach 14 Spiele gewonnen Ich hab einfach 100 Ich hab einfach 500 Bin, du hast 4 Spiele gewonnen, was ist'n mit dir Ich hab noch ein bisschen drauf gefahren oder so Ich hab noch ein bisschen aufgefahren oder sowas Warum hast du 4 Pokis und nicht 3? Ich hatte 2 und du hast 3 Bitte nochmal Pokale Ja? Ja warum hab ich dann gerade Achso nein du hast einen gekriegt Weil du am meisten Minispiele gewonnen hast Und ich hab 2 gekriegt Achso Ach das geht danach Ja das ist krank Stell dir mal vor in-game wird einer so 3 tun und dann ist es vorbei Aber dann hat so einer den komplett meisten Schaden und alles Warte nein aber das kann auch nicht sein Aber das finde ich strong Ich hatte 3 in-game Ja dann würd ich nicht bis Pokéende spielen Würd ich das schon so machen Warte mal stopp mal Das ist so nicht Ich hatte 3 in-game Ich hab einen dazu